Hast du mit wem andern geschlafen? Nein. Wirklich. Ich würd's da sagen. Hörst du? Sicher. Ich mein, ist noch nie passiert, aber... Aber du willst mit jemand anderem schlafen? Ja. Ja, sicher. Ja, ich mein... Du doch auch, oder? Nein. Echt jetzt? Noch nie? Hä? Ja, wenn du mich fragst, ob ich andere Männer hin und wieder geil finde, dann ja. Aber ich denke nicht so weit. Was? Ich glaub da nicht. Okay. Wie kannst du nicht mit jemand anderem schlafen wollen? Ich mein, es liegt doch irgendwo in unserer Natur. Weißt du, Gabriel, ich könnte manchmal auch anderen Leuten in die Fresse schlagen. Und? Okay, aber das ist jetzt ein bisschen was anderes. Ja, du bist von unserer Natur gesprochen. Ja. Weißt du, ich denke mal, es ist halt in Wahrheit nur ein Körper und es geht eh immer nur um einen Orgasmus und dann hol ich mir halt lieber einen runter und riskiere nicht meine Beziehung. Wie oft holst du dich einen runter? Matteo? Ähm, keine Ahnung, ab und zu halt? Du kannst dich nicht erinnern, oder was? Was soll das jetzt? Ja, wir haben eh schon so selten Sex. Du sagst immer, du brauchst nicht mehr Sex. Übrigens, müssen wir dann wieder Kondome verwenden. Ja gut, darüber habe ich jetzt aber noch nicht nachgedacht. Ja, solltest vielleicht. Ich kriege sicher keine Krankheiten, nur weil du herumholen willst. Ja, herumholen? Was ist denn, du spinnst jetzt? Und es stimmt nicht, dass wir so selten Sex sind. Doch, wann haben wir das letzte Mal so richtig... Richtig was? Ja, richtig geil gefickt. Hm. Guter Sex ist für dich ja so geil ficken. Ich stehe nicht auf Parano-Sexen, das habe ich dir von Anfang an gesagt. Was meinen Sie jetzt bitte mit Parano-Sex? Ich meine halt einfach leidenschaftlich und nicht immer nur zärtlich. Du warst ja früher auch nicht so. Damals in Graz in einem Hotel, da haben wir auch einen Super-Sex gehabt. Da war ich total betrunken, Gabriel. Ja, leider. Also ich muss sagen, ich finde es echt frustrierend, dass du besoffen sein musst, dass du leidenschaftlich sein kannst. Ich brauche Sex nicht so wie du. Ich bin keine Maschine und ich brauche auch die Bestätigung nicht so wie du. Was heißt Bestätigung? Sex ist einfach geil und das ist ja wichtig. Ich sind ja keine Pensionisten, alter. Also es ist für dich, was wir haben, Pensionisten-Sex. Danke. Na, Matteo. Ich finde unseren Sex eh schön. Aber mir fehlt was. Und was sagen wir unseren Freunden? Ich habe keinen Bock, dass wir das Paar sind, wo alle wissen, dass die rumvögeln. Das ist mir scheißegal. Und wenn ich sage dir, dass ich unglücklich bin und du musst dir Gedanken darüber, was andere Leid davon halten. Gabriel, wenn ich dich nicht glücklich mache, dann bin ich vielleicht auch einfach nicht der Richtige für dich. Du fangst immer mit dem Schlussmachen an. Das macht mich echt wahnsinnig. Eine scheiß Erpressung ist das. Jedes Mal, wenn wir über irgendwas Unangenehmes reden, fangst du mit Schlussmachen an. Ich versuche einfach ehrlich mit dir zu reden. Willst du lieber nicht darüber reden und ich betrüge dich irgendwann? Jetzt sag was. Hallo. Was ist, wenn sich einer verliebt? Ich meine, die Gefahr besteht sowieso immer irgendwie. Vor allem, wenn unser Sexleben so weitergeht. Das heißt, du hast das eh schon alles geplant? Das soll jetzt keine Ankündigung sein, aber wenn ich ehrlich sein soll, merke ich schon immer öfter, dass ich ein Kopfkino habe. Das klingt so, als wäre es eh schon zu spät. Nein. Aber es muss sich was verändern. Das kann nur schief gehen. Nicht, wenn wir es langsam angehen und über alles reden. Ich meine, vielleicht kann es unsere Beziehung ja auch bereichern. Wie? Ja, neue Erfahrungen, weniger Druck zwischen uns. Ich will keine neuen Erfahrungen. Ich mag das, was wir haben. Und ich sage dir, ich brauche mehr. Ich meine, ist dir egal, wie es mir geht? Für dich passt unser Sex und das war's. Ja, Gabriel. Ich finde es ur-super, dass du mich so langweilig im Bett findest. Wir trauen uns echt im Kreis. Wir sind halt anders, was das betrifft. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht lieben. Du hast doch nur Angst vor was, vor was Neuem. Vor Veränderung. Trau dir halt einmal was. Aber ich stehe auf dich. Ich will keinen anderen. Nein, Matteo. Ich stehe auf dich. Wirklich. Aber ich glaube einfach, dass Monogamie nicht realistisch ist. Alles klar. Okay, äh. Ich gehe kurz raus. Ich brauche einen Kaffee. Wir haben Kaffee daheim. Ja, aber ich will einen Kaffee von draußen. Ja, super. Echt super. Bei der Kaffee wird alles besser machen. Kannst du mich bitte einfach kurz in Ruhe lassen? Ganz kurz allein lassen? Geht das? Gute Idee. Wirklich. Zu machen und gehen. Superreif wie immer, Matteo. Weil unser Problem wird von ganz allein weggehen. Geschossen. Ja? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ich habe einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee. Ich habe gerade die Rose gesehen. Okay, super interessant. Und wir reden jetzt einfach nicht weiter. Machen bla 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 wie immer. Kannst du zuhören? Bitte. Die englische Dame von nebenan, die uns damals zu unserem Jahrestag das Bild von ihr geschenkt hat. Ja, ich weiß, wer sie ist. Ja, ich habe sie vor ihrer Wohnung gesehen. Sie hat geweint. Okay, und? Jetzt tu halt nicht das so. Sie hat echt so ausgestellt, dass mir etwas Urschlimmes passiert. Hat sie dich gesehen? Natürlich hat sie mich gesehen. Was fragst du denn jetzt so komisch? Wir sollten rübergehen. Ich wollte nur sagen, dass du okay bist. Oh. Is there something? Can I help you? No, I don't think so. Okay. Wait, wait. Perhaps. Do you think you could help me lift something? Sure. He always makes these stupid jokes. I just hated it. But this time, it's not a joke. I want to spend a little more time with him. I want to spend a little more time with him. Who do I even call? I don't know. An ambulance, maybe. I need to get him on that bed. He would hate this like a dead bug. Why don't you take his upper body? And I'll take his feet. Oh, and be careful. He has a bad shoulder. I can help. 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 Thank you, thank you, he was always very fond of the two of you. Through green fields and meadows we oft-times did walk, and sweet conversations of love we had taught. Although my love is gone, I will not be cast down. Who knows, but my sailor may once more return, and my true love and I will live happy. Oh, life. Hi there, I'm Philip Karner. I wrote and directed the film you just watched. I want to take a moment to thank you for watching our film and ask you, if you liked it, of course, to subscribe to the channel. It helps the channel grow, which helps me make more films like this one. And if you're feeling generous, feel free to hit that super thanks button down below and leave us a tip. All the money will go towards making the next short film. Again, thanks so much for watching, and I hope to see you soon. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020